Ich bin hier mit Carmen und du bist ein von denjenigen, die die Erfahrung jetzt macht, Online-Training gemacht zu haben und dann in Person zu wiederholen. Kannst du was dazu sagen? Ja, und zwar, ich finde die Online-Qualität super. Man kann von überall daran teilnehmen, das, was es jetzt noch macht, in der Tiefe und die Gruppenenergie noch viel intensiver zu spüren und das bereichert sehr. Kann ich nur empfehlen. Oh, wow. Also, wenn du Online-Anwalt mit mir gemacht hast, es lohnt sich nochmal in Person, es nochmal zu erfahren und ja, und überhaupt, Komplimente an deinem Nierweg. Danke. Danke. Vielen Dank.